kollektiv diskutieren runde nummer zwei ich darf sie von organisationsseite sehr herzlich begrüßen mein name ist petra susner ich bin postdoc in der dfg forschungsgruppe recht geschlecht kollektivität und arbeite als rechtswissenschaftlerin an der hu berlin kollektiv diskutieren was ist es worum geht in unserer veranstaltungsbeschreibung steht wir sind als veranstaltung aus dem forschungsalltag entstanden und so ist es auch wir hatten im märz unsere erste diskussionsrunde da bin ich noch selbst gemeinsam mit susanne bär die projektleiterin in meinem teilprojekt ist gesessen und habe diskutiert wir hatten zu gast nora markert und moderiert hat reitrautwein unser thema war damals postkategorien denken was können asylrecht und antidiskriminierungs recht voneinander lernen jetzt haben wir mai mittlerweile und ich freue mich sehr über die zweite runde unser thema ist heute critical race theory was tut sich in deutschen rechtsdebatten und bevor ich an unsere moderation dunja kalli übergeben möchte ich auch kurz noch mal was zum format im zusammenhang damit sagen wir wollen nach wie vor oder nach wie vor ist der anspruch von kollektiv diskutieren eine offene diskussionsrunde zu sein nahezer murz gestern so schön gesagt es ist eine veranstaltung mit einem explorativen charakter das heißt es geht darum wir wollen aus der forschungsgruppe gemeinsam mit wissenschaft erinnern deren arbeit wir spannend finden unsere gedanken das was uns beschäftigt zur diskussion stellen ideen erproben und auch ein bisschen einer breiteren öffentlichkeit zeigen was sich in so einer forschungsgruppe tut das ganze tun wir alle zwei monate immer am donnerstag und in kooperation mit dem integrative research institute berlin dem kurz dem lsi berlin genau bevor ich nun an das panel selbst übergeben möchte ich die moderation vorstellen ich freue mich sehr dunja kalli gewonnen zu haben für die moderation aus zwei gründen erstens haben wir eine moderation mit hoher inhaltlicher expertise und zweitens das freut mich persönlich ist sie aus wien ich komme selbst von der uni wien und freue mich sehr hier die gesprächsachse zwischen berlin und wien auch aufrechterhalten zu können und entsprechend zu pflegen dunja kalli studiert am juridikum in wien mit schwerpunkt menschenrechte und ist langjährige und ausgebildete trainerin und beraterin in den bereichen antirassismus feminismus hass im netz ihre thematischen und inhaltlichen schwerpunkte sind empowerment und und das stichwort know your rights international und national ist sie gut vernetzt zuletzt war sie in wien gestern zu sehen auf einer pressekonferenz zum thema anti muslimischer rasismus an dieser stelle möchte ich jetzt von organisationsseite einen punkt machen möchte noch kurz darauf hinweisen und auch begrüßen marie hartwig aus dem projekt ist auch hier marie hartwig ist heute für sie da wenn sie technische fragen haben und ist über den chat erreichbar und am schluss werde ich mich noch mal melden mit ankündigungen für die nächste veranstaltung und aus der forschungsgruppe nun aber dunja werde ich ohne weiteres wenn ich darf an dich übergeben ja sehr gerne vielen dank für die vorstellung liebe petra einen schönen abend und herzlich willkommen auch von mir ich freue mich sehr die heutige diskussion moderieren zu dürfen und möchte bevor wir uns dem heutigen thema critical race theory und unseren tollen diskutantinnen widmen vorab grundlegende sachen zur technik klären ich würde sie als zuseherinnen bitten die mikros ausgeschaltet zu lassen und ausschließlich bei wortmeldungen und fragen die am ende der diskussion ungefähr ab 19 uhr möglich sein werden die mikros dann nach aufruf anzumachen also für fragestellungen und wortmeldungen nach der diskussion würde ich sie bitten in den chat durch beispielsweise ein sternchen oder die zahl 1 zu symbolisieren dass sie gerne etwas sagen möchten und dann wenn sie zu wort kommen würde ich sie dann zusätzlich bitten zum mikrofon noch die kamera anzuschalten ich werde auch im laufe der diskussion die panelistinnen durch einen daumen symbolisieren dass sie sich an die redezeit halten damit die diskussion am ende auch sich noch gut ausgeht wir hier am panel haben uns auf ein internes arbeitsbuch zu geeinigt wie sie das in der diskussion handhaben möchten bitte ich sie individuell abzuschätzen je nach verhältnis zu den diskutantinnen unsere heutigen diskutantinnen sind nahez amur gengis barskan mas und sabine haag nahez amur ist postdoc researcher an der humboldt-universität berlin sie hat rechtswissenschaften und islamwissenschaften unter anderem wir seit ramallah london berlin harvard und damaskus studiert sie war doktorandin am max-plank institut für europäische rechtsgeschichte in frankfurt am main und rechtsreferendarien am kammergericht in berlin ihre wissenschaftliche laufbahn führte sie zudem an das erikastrin institut für völkerrecht und menschenrechte der universität helsinki an das lichtenberg kolleg des göttingen institute for advanced study sowie das harvard law school institute for global and law and policy gengis barskan mas ist promovierter jurist und assoziierter am max-plank institut für ethnologische forschung in der abteilung rechts und ethnologie erforscht und lernt im bereich des vergleichenden verfassungsrechts europa und völkerrechts der menschenrechte und des diskriminierungsrechts thematisch befasst sich vor allem mit critical race theory diversität und intersektionalität als mitbegründer der critical race theory europe welche eine schlüsselrolle in der entwicklung eines critical race theory netzwerks im europäischen raum einnimmt sabine haag ist tätig im bereich der soziologie lehrt an der tu berlin und beschäftigt sich in leitender funktion wissenschaftlich im dortigen zentrum für interdisziplinäre frauen geschlechterforschung weitere arbeits- und forschungsschwerpunkte sind unter anderem gender policies feministische erkenntnistheorie und kritik sowie queer theorie darüber hinaus befasst sich sabine mit debatten zur demokratie rassismus sexismus und geschlechtergleichheit und hat hier auch schon einiges publiziert gut dann können wir auch schon in die heute die diskussion zum thema critical race theory was tut sich in deutschen rechtsdebatten einsteigen im letzten jahr konnten wir weltweit die black lives matter bewegung beobachten auslöser davon war der tod von george ployd am 25 mai 2020 erst vor einem monat also fast ein jahr später wurde das urteil gefällt george ployds mörder nämlich der polizist derek schauvin ist schuldig angehörige vom todes von den todesopfern von dem anschlag in hanau warten bis heute auf eine erklärung und konsequenzen und hier ist das recht gefordert und gleichzeitig auch teil des problems der hashtag kein einzelfall zeigt wie polizeige wahrsam in deutschland schwarze und people of color gefährdet und die rechtsextremen netzwerke mit dem nationalsozialismus sympathisieren und mit der debatte um den rassebegriff im grundgesetz ist die historische vielschichtigkeit von rassismen erneut aufgebrochen und wir fragen uns jetzt was eben die critical race theory im deutschsprachigen raum leisten kann donald trump hat noch im september per executive order sämtliche weiterbildungen und trainings mit bezug zur critical race theory verboten ich selbst kenne auch in österreich kaum weiterbildungen und trainings in diesem bereich und meine frage wer ist an die runde was ist mit was ist mit der critical race theory auf sich hat und auch das verhältnis zu critical legal theory was hat uns die critical race theory in den letzten jahren interdisziplinär und international gezeigt und was wollten die co-gründerinnen damit initiieren ich würde das wort also das können könnt ihr frau aussuchen wer da beginnt gut dann mache ich gerne den anfang und erzählen ein bisschen was über critical race theory und warum es die notwendigkeit gab in den augen vieler wirklich daraus eine kritische theorie zu machen die sich eben auch in anlehnung aber auch in weiterführung von critical legal theory legal studies eben auch gerade in usa beschäftigt und es geht eben vor allem darum wirklich noch mal klar zu machen dass rassismus eben keine ausnahmeerscheinung ist etwas das vielmehr strukturell und alltäglich und eben im recht verhaftet ist als ordnungsmerkmal eben also das ordnungsmerkmal im recht aber auch als ordnungsmerkmal gesellschaftlicher art das wissen wir auch von den kategorien geschlecht und religion und ganz vielen anderen sexuelle orientierung etc und das eben auch das eben auch dass ein ausdruck ist der moderne weil natürlich rassismus eben auch eine moderne theorist ist genauso wie liberalismus genau wie genauso wie säkularismus und natürlich auch der kolonialismus aber das eben damit auch rassismus und auch als erst mal rassismus als teil des modernen rechts auch verstanden werden muss ja es eben auch kein etwas das irgendwie das ist zwar historisiert es muss zwar auch historisch informiert sein aber es ist kein phänomen der vergangenheit sondern verflochten eben auch mit modernen theorien und da gibt es natürlich ganz vielfältige formen des rassismus natürlich auch darunter antisemitismus orientalismus antischwarzer rassismus rassismus gegen die roma und sind die communities da gibt es leider so viele verschiedene formen der rassismus ist da gar nicht als einen monolithischen block zu verstehen ich glaube was aber wichtig ist ist vielleicht einfach nochmal das ähnlich vielleicht wie der feminist für die feministische rechtswissenschaft ist so eine art aufbegehren auflehnen gab gegen diese vorstellung dass es ein abstraktes individuum gibt ja ohne geschlecht ohne religion ohne rasse aber das wenn dann diskriminiert wird dann doch auf einmal religion rasse geschlecht dann doch eine rolle spielen und dagegen war das ein auflehnen dieses abstrakte individuum irgendwie also sichtbar zu machen dass es kein abstraktes individuum gibt ja und es ist eben auch dieser dieser große move die farbenblindheit ja oder diese sogenannte colorblindness of the law das einfach nochmal zu dekonstruieren und das ist glaube ich insgesamt stark in den 90er jahren und wir sehen ja auch dass es sich schon auch verwoben hat es kommt das muss man eben auch nochmal zusammen sehen sowohl mit der feministischen rechtstheorie aber auch zum beispiel mit twail third world approaches to international law das ist eben diese konstruktion gegen das vermeintlich wie gesagt vermeintlich abstrakte individuum aber auch die vermeintliche neutralität und die vermeintliche objektivität des rechts anzugehen und vielleicht erst mal so viel von meiner seite was eigentlich dieses aufbegehren diesen dieser diese idee ist und und dann eben auch vielleicht noch ein punkt bei crt sowohl eben so diese historisch gewachsenen verhältnisse macht verhältnisse die eben durch recht konstruiert werden und wo eben rasse als ordnungsmerkmal eine rolle spielt die sollen sichtbar gemacht werden aber eben auch die hoffnung durch crt critical race theory dass man eben doch auch mit dem recht ja also ich sag jetzt mal mit dem recht gegen das recht ja so eine counterdisziplinär oder wahrscheinlich kostet die mir sein dass man da eben auch mit dem recht dagegen angehen kann ja und deswegen glaube ich werden viele unserer diskussion die jedenfalls in der rechtswissenschaft oder durch crt eben auch unterwegs sind immer so ein spannungsverhältnis zum recht haben ja auf also sichtbar machen benennbar machen was das recht eben auch als dunkle seite hat aber eben auch welches potenzial im recht liegt und da diese spannung einfach vielleicht auch fruchtbar zu machen soll ich dann vielleicht weitermachen ich würde sehr gerne an was gerade gesagt hat und das vielleicht auch ein wenig mit meinem werdegang und zwar habe ich vor einiger zeit meiner doktorarbeit geschrieben und während der forschung habe ich gemerkt dass das einige bestimmte konflikte systeme mit bezug auf den rassenbegriff vor allem im kontext des artikel 3 und ich merkte ziemlich schnell dass ich nicht weiterkam dass ich mehr input brauchte und so habe ich den weg gefunden um ja zu einem begründeten zu kommen von kurzen zu gehen nehmen zu kimberley cranshaw wo dann wirklich für mich aus dem us-amerikanischen kontext heraus noch einmal in der deutsche kontext etwas ja der deutsche kontext für mich besser lesbar wurde und ich finde es sehr wichtig wenn wir heute über eine der kritiker race theory im deutschen kontext sprechen dass wir uns mit dem ja mit der frage auseinandersetzen müssen gibt es eine besonderheit des deutschen kontextes gibt es so etwas wie einen deutschen rassismus der sich so unterscheidet von anderen formen von rassismus dass zum beispiel die kategorie die kategorie die kategorie die kategorie rasse hier nicht so funktionieren kann wie im us-amerikanischen kontext und schnell bin ich zu dem ergebnis gekommen dass rasse für mich als ordnungsmerkmal als ordnungsprinzip was anderes ist als rassismus es kann kein unzulässige unzulässige ja konkurrenz finden zwischen rasse und rassismus das sind analytisch unterschiedliche sachen und genau also oder um es umgekehrt zu sagen critical race theory ist nicht rassismusforschung rassismusforschung ist rassismusforschung und ist sozialwissenschaftlich kulturwissenschaftlich und teilweise auch rechtswissenschaftlich critical race theory ist eine sehr spezifische form von kritik die innerhalb der rechtswissenschaft entstanden ist und ja dessen primäre gegenstand nach wie vor das recht bleibt und tatsächlich ist es so dass eine der ersten diskussionen innerhalb der critical race theory war was tun wir mit dem recht wie er es gerade angesprochen hat ist das ein herrschaftsinstrument oder ist das ein mittel für zur emanzipation und diese ambivalenz diese spannung diese spannung müssen wir bis heute leben können und genau darin liegt auch glaube ich die ambivalenz oder beziehungsweise ich habe das ich habe den eindruck dass nicht nachvollziehbar wird warum rasse auch wenn es so eine historie hat auch wenn es so aufgeladen ist denn noch heute ein menschenrecht menschenrecht begriff ist und nicht ein ns begriff ist und das alles um das analytisch zu erfassen brauchen wir critical race theory und nicht rassismus weil es gibt mehr rassismusforschung nur mein problem ist im deutschen kontext dass viel zu lange rassismusforschung ohne dem kernbegriff das konzept rasse geführt worden ist das heißt nicht dass alles was erforscht wurde nicht richtig ist im gegenteil es ist nur unvollständig und ich glaube das ist die leistung die critical race theory erbringen kann und im deutschen kontext eine angefangenene rassismuskritik die auch einhergeht mit jemalismus feministische kritik auch die legal gender studies etwas vollständiger zu machen und und das ist bisher nicht vollständig ist konnte man uns spätestens bei den debatten zu rasse sehen denn mir erschien dass es einfach ein unverständnis dafür gab warum rasse legitim sein es wurde so debattiert als ob rasse per se eine ja eine hundung ist ein unwahrt ist und ich glaube das ist ein problemfeld genau wo CRT einsteigen würde um die debatte vielschichtiger zu führen vielen dank ja ich kann jetzt gar nicht mehr so viel noch ergänzen zu dem was nahe und cengis schon ausgeführt haben aber vielleicht noch mal aus weniger ich bin ja keine rechtswissenschaftlerin sondern soziologisch ausgebildet in in der vor allen dingen in der intersektionalen geschlechterforschung beheimatet ein begriff der jetzt auch noch nicht viel und bei der natürlich sehr stark mit critical race theory verbunden ist der begriff der intersektionalität den ist glaube ich wichtig ist auf den werden wir sicherlich noch weiter zu sprechen kommen aber dass er schon mal irgendwie aufgerufen ist aus der perspektive einer soziologisch arbeitenden person die gesellschaftstheoretisch geschult ist und gesellschaftstheoretisch auf die welt schaut würde ich vielleicht noch ergänzen ich stimme cengis dir zu wenn du sagst ja das ist ein problem wenn wir den begriff race oder rasse zu schnell verabschieden weil wir dann die probleme die damit einhergehen ja noch nicht untersucht verstanden und im besten fall sogar gelöst haben aus meiner perspektive würde ich sagen das wichtigste was uns critical race theory gebracht hat ist ways als eine wissenskategorie zu verstehen also wenn wir von critical race theory sprechen dann heißt es dass wir diese kategorie race kritisch in den blick nehmen wie sie im recht in vielen anderen feldern irgendwie wirksam wird und das wäre auch mein zugriff darauf in einem weiter und vielleicht weiten anschluss an critical race theory zu sagen okay wir müssen uns anschauen wie funktioniert ways als kategorie des wissens etwa im recht von den ambivalenzen habt ihr schon gesprochen recht ist ermöglichen recht ist aber auch disziplinierend und regulierend mit recht und mit der kategorie ways ins recht eingeschrieben organisieren wir das was ich moralische ökonomien nennen würde also welche körper sind diejenigen die verletzt werden dürfen die legitim im recht festgeschrieben sind als körper die als gefahr gelten deswegen legitim verletzbar sind und welche körper sind diejenigen die das recht als zu schützende als vulnerable körper definiert hat und die deswegen des schutzes die die schutzbedürftig sind die legitim geschützt werden müssen und legitim geschützt werden zu lasten derjenigen die als gefahr die im recht als gefahr definiert sind und deren körper als nicht schutzwürdige ausgewiesen sind das ist glaube ich für mich als gesellschaftstheoretisch arbeitende wissenschaftlerin so einer der zentralen einsätze von critical way theory und erklärt für mich auch warum dunja du hast es angesprochen donald trump im letzten jahr noch schnell diese executive order ausgegeben hat das zu verbieten etwas was wir hier in europa ja vor allen dingen in bezug auf die gender studies erleben und erlebt haben und warum wir jetzt obwohl trump nicht mehr präsident ist an den amerikanischen us amerikanischen universitäten sehr starken angriffe sowohl in den im feuilleton in den medien aber auch in den universitäten selbst gegen rassismusforschung und besonders gegen critical way theory erleben also das hat schon ausmaße angenommen dass nicht wenige der kollegen und kolleginnen dort davon sprechen ist hier ist hier gibt schon autokratische momente sozusagen in der in den angriffen auf critical way theory vielleicht so viel von mir der daumen war noch nicht oben genug vielen dank auch wenn ich da würde ich gerne weil das ja die idee ist ja kollektiv zu diskutieren wirklich noch mal anzuknüpfen an das was was sabine gerade gesagt hat wenn das für wenn es in ordnung ist ja ja ich würde gerne weiter denken mit sabine also rasse als wissensbegriff als analyse begriff und wir kommen jetzt dazu noch mal immer wieder hin und her zwischen den disziplinen das soll ja auch ein interdiszipliniares gespräch sein dafür steht jedenfalls das lse dass das hier mit organisiert jedenfalls jetzt auch noch mal doch noch mal zu rasse als rechtsbegriff zu kommen ja das scheint ja hier irgendwie noch mal eine koks zu sein und ich glaube da ist es wirklich noch mal wichtig auch noch mal zu sagen also rasse hat eingang gefunden 1949 in das grundgesetz 1950 in die europäische menschenrechtskonvention 1965 in die un antirassismus konvention 1973 in die un anti apartheid konvention 2000 in die eu antidiskriminierungsrichtlinie was will ich damit sagen das war gerade die juristische antwort jedes mal jedes mal wo rasse eingesetzt worden es war das juristische antwort auf die realitäten des anhaltenden strukturellen rassismus ja und jedes mal war damit also als antwort auf hierarchisierung auf dominanz auf ungleichheit ungleichbehandlung ja und das war eben jedes mal in all diesen dokumenten vielleicht nicht beim grundgesetz aber bei diesen dokumenten finden wir eigentlich gerade eine absage an rassentheorien und eine klare positionierung und eine verpflichtung der staaten dass sie eben die ungleichbehandlung aufgrund der rasse eben ablehnen und bekämpfen und das ist glaube ich schon noch mal das ist glaube ich schon noch mal wichtig um zu sagen dass eben hier rasse als diskriminierungsmerkmal diskriminierungsgrund eben so versucht wird also die realitäten dieser gruppen zu erfassen ja und zwar auch als begriff der der eben historisch informiert ist historisch gewachsen ist begleitet wird durch stigma und stereotype dass das alles in diesem begriff da auch aufgefangen werden kann der begriff ist auf der einen seite zwar könnte man jetzt interdisziplinär sagen natürlich irgendwie auch eng dogmatisch aber der bietet so viele möglichkeiten etwas adressierbar und benennbar zu machen und immer wie gesagt in begleitung von eben eine abkehr von biologistischen menschenrassen theorien aber eben auch immer zu sagen hier erfassen wir etwas wie personen und gruppen bisher in der historischen gewachsenheit eben gewachsenheit eben ungleich behandelt worden ist und das glaube ich noch mal an dieser stelle jedenfalls noch mal die rolle von dem rechtsbegriff einfach noch mal zu betonen wäre mir vielleicht wichtig vielen dank nahe wir kommen dann auch zu dem begriff der rasse und race am ende noch mal darauf zurück also wir haben jetzt gehört das recht ist nicht nur ein instrument von oder gegen rassismus sondern bestimmt rassismen als gesellschaftliche ordnungsfaktoren als gesellschaftliche verhältnisse mit es erzeugt also rasifizierte sichtbarkeiten beziehungsweise unsichtbarkeiten vulnerabilitäten et cetera und jetzt wäre spannend zu wissen was das konkret bedeutet also in österreich hat die bundesregierung beispielsweise ein anti terror paket als reaktion vom terroranschlag am 2. november 2020 präsentiert was umfassende repressiven maßnahmen vorsieht und es soll auch der straftatbestand religiös motivierte extremistische verbindung geschaffen werden und da gab es zahlreiche kritik von unterschiedlichsten expertinnen und die untersuchungskommission hat auch betont dass im terrorismus strafrecht keine defizite vorhanden sind dass es gibt keinen ergänzungsbedarf und dennoch wollte die bundesregierung diesen straftatbestand und wie ist so ein straftatbestand aus der critical race theory perspektive zu beurteilen und gibt es vergleichbare beispiele in deutschland das sind eure einschätzungen ich würde vielleicht nochmal versuchen einfach weil ich mich natürlich auch jetzt gerade mit dem sicherheitsrecht beschäftige und möchte einsteigen mit einer allgemeinen nochmal beobachtung oder einem ersten befund nämlich dass wir ein problem haben der abwesenheit von rasse dass wir eben gerade ganz viele fälle gerade auch gesetzte fälle haben wo gerade eben rasse nicht gesehen wird und deswegen können unter und unter dem sagen ich jetzt mal unter dem schön von neutralität wie vor ensemble sicherheit kann das alles durchgehen weil eben rasse nicht im blick genommen wird den deutschen kontext kann ich jedenfalls nur sagen park also antiterror datei gesetzt ja gab es viel literatur auch dazu erstaunlicherweise fast nichts dazu wo das in paragraf 3 antiterror datei gesetzt wurde auch immerhin vom bundesverfassungsgericht weitestgehend als rechtmäßig befunden da dürfen daten erfasst werden unter dem aspekt geschlecht körperliche merkmale sogenannte volkszugehörigkeit das sind alles merkmale die wir eigentlich kennen aus der un antirassismus konvention das sind platzhalter für rasse geht in deutschland komplett so gerade durch also geht durch ist rechtmäßig ja da müssen natürlich also leute die natürlich mit rasse als rechtsbegriff geschult sind formiert sind da müssen natürlich die alarmglocken angehen ja also hier wird wir nehmen dann einfach andere begrifflichkeiten ja und was was macht das das macht das erstens eine wie die sensibilitäten die befindlichkeiten die werden reduziert ja und wir kriegen das nicht in den griff dann wir kriegen das auch dann juristisch nicht in den griff richtig um das unter diskriminierung also als diskriminierungsgrund dann einfach auch noch mal zu fassen und entsprechende rechtsmittel dagegen dann auch irgendwie möglich zu machen ja und das ist so das ist so meine mein ganz großes unbehagen mit her mit dem liberalen recht das eben ne also wir wir entledigen uns bestimmter begrifflichkeiten weil wir dann natürlich auch wirklich wir wir machen das nicht mehr richtig adressierbar benennbar die rechtsmittel die dünnen dann einfach auch aus ja die dünnen dann einfach aus und insofern kann ich nur eben sagen wir haben da ganz ähnliche probleme die haben immer andere begrifflichkeiten und wir das ist für mich einfach nur noch mal so diese mischung aus das ist eine abwesenheit von raste das ist das problem und ich kann nur sagen wer sich mit zum beispiel rechtliche überwachungs literatur beschäftigt der wird ganz schnell feststellen dass wir da eine große sensibilität und einen großen auch wissenschaftlichen output haben bei den kolleginnen in den usa bei den kolleginnen in uk aber nicht hier antiterror datei gesetzt bundes kriminalarzt gesetzt da gibt es extrem viel literatur dazu aber aber diese das ist so als würde als würde rasse pelt da ab ja und damit natürlich auch die befindlichkeiten für diese form der diskriminierung vielen dank ich würde es auch so sehen ich würde es vielleicht ein wenig ich weiß nicht ob ich dich damit in die besprechen würde leid oder nicht aber es ist eher eine nominale abwesenheit ja als wort fehlt es sonst das ist vielleicht genau das was du wahrscheinlich auch meist denn ich finde es gibt mehrere platzhalter für rasse aber ja das schönste beste platzhalter für was ist hautfarbe also wenn hautfarbe nicht gleich rasse ist dann weiß ich es auch nicht weil ich meine als rassentheorien erfunden wurde wurde ja nach hautfarbe eingeteilt und diejenigen die heute gegen den rasse begriff sind und auch ich spreche jetzt auch die politischen parteien an beziehungsweise die sozialdemokraten die grünen die sehr exponiert dagegen sind ich frage mich wo diese politikerinnen waren als sie bei der modernisierung des strafrechts paragraf 81 absatz 2 war ich bitte alle um paragraf 81 absatz 2 der stpo zu nachzulesen da steht augenfarbe und zwar im kontext von dna untersuchungen unter bestimmten voraussetzungen ist es für die staatsanwaltschaft möglich ein dna untersuchung zu beauftragen um die hautfarbe von ja von den spuren festgestellt also einerseits wird behauptet rasse ist böse andererseits wird durch die hintertür ein biologistisches konzept von rasse und zwar in form von hautfarbe und es sind diese es sind genau diese widersprüche die bei mir den eindruck erwecken dass ich den ganzen anti rasse diskuss einfach nicht ernst nehmen kann aus unterschiedlichen gründen verfassendogmatisch gibt es eine fixierung auf rasse während eigentlich das diskriminierungs das tatbestandsmerkmal in artikel 3 nicht der rasse ist sondern ein diskriminierungsverbot auf der rasse und außerdem also das muss uns so zusammen gelesen werden und nach der rechtsprechung des bundesverfassungsgerichts ist der menschen würde egalitär zu verstehen und wenn wir eine systematische ausdeckung des bundesitzes zugrunde legen dann entscheidet ja ein biologistisches konzept von rasse aus denn rasse ist kann nur in einem fassungsrechtlichen kontext als als sozial konstruiert verstanden werden nun der punkt ist dass diejenigen die gegen den rasse begriff sind sehr ungeblumt und ungehemmt immer wieder hautfarbe verwenden dann denke ich ja wenn wir dabei sind hautfarbe zu verwenden das sind doch einen schritt weiter gehen und eigentlich das kernkonzept selbst zu benennen und ich glaube darum geht es ja auch für eine für als für den ansatz der kritischen races hier wie nämlich diese abwesenheit diese diese abwesenheit die innerhalb angesprochen hat eben benennbar zu machen es ist nominal abwesen aber es ist im diskurs sehr präsent ob das jetzt unter ethnisität oder religion oder hauptfarbe oder nationale identität also der geist der rasse ist da prävalent und ich glaube sicherheitsrecht ist ein ort wo man das machen kann und man muss auch ganz ehrlich sein in den us-entschuldigung im deutschen kontext wurde bisher der ganze kopfdiskurs oder man könnte in der antikopfdiskurs eigentlich nicht primär unter und kulturelle rasse perspektive diskutiert es gibt einzelne stimmen aus der feministische wissenschaften genau und zwar ist das internationale literatur aber nicht nur die genau auf diesen aspekt eigentlich hingewiesen haben nämlich dass es eine razzialisierte diskurs ist der kopfdiskurs und so können wir glaube ich mir mehrere beispiele geben aber ich glaube ich lasse erst mal da ja also ich glaube ich würde doch versuchen noch mal ein bisschen weiß ich nicht von der seite dagegen zu sprechen also ich gehe mit mit eurem argument dass wir nicht leichtfertig also deinen ersten punkt für dich total wichtig dass rasse ways in die letztendlich auch gründungsdokumente unserer westlichen demokratien eingang gefunden hat als ein begriff der sich gerade vom biologischen rassismus und der vorstellung sozusagen von von dass es in der tat im biologischen sinne rassen gibt verabschiedet hat und sich dem auch entgegengestellt hat und insofern eine kritische intuition damit verknüpft gewesen ist ich bin mir nur nicht sicher als eine die vielleicht eben eher soziologisch und auch historisch über race und rassismus nachdenkt ob das funktioniert stuart hall der postkoloniale theoretiker hat in seinen jetzt vor zwei jahren oder drei jahren erschienen posthum erschienen vorlesungen zu rassismus die von 1994 die jetzt eben erst 2018 erschienen sind oder 2017 gesagt wir können feststellen dass die biologische dass wir die biologische spur nicht loswerden dass das kreuzformulierung dass in allen versuchen sozusagen der kritischen rekonzeptualisierung der reartikulation von race dia in diesen vorlesungen sozusagen nachvollzieht sagt er am ende des tages stellen wir fest wir werden die biologische spur im rasse begriff nicht los und das ist für mich sozusagen die das größte fragezeichen dass ich mit der verwendung der weiteren verwendung sozusagen von des rasse begriffs habe also da kor wir dürfen ihn nicht verabschieden weil wir ihn verstehen und analysieren müssen als also als form epistemischer gewalt auch und wenn wir den was ich jetzt als gesellschaftstheoretikerin sagen würde wenn es darum geht vergesellschaftungs- und denkformen als teil eines gemeinsamen herrschafts zusammenhangs zu verstehen also die kategorien mit denen wir welt deuten mit denen wir welt erschließen sind herrschaftskategorien und rasse gehört neben geschlecht eindeutig dazu wir haben aber politische situation und das da würde ich euch eure position teilen dass der versuch den begriff loszuwerden also oft einer ist der dem dient eben auch das problem loszuwerden also um das anekdotisch zu erläutern die erste antidiskriminierungs beauftragte für die berliner schulen saraya gommis die vor einiger zeit ja zurückgetreten ist ist unter anderem zurückgetreten aufgrund eines also einer vielzahl von rassistischer anfeindungen die sie im alltag erlebt hat in der beratung von schulen wenn dort rassistische worte auftauchten der für mich prägnanteste fall der am besten kindlich auf den punkt bringt wie dieses land mit rassismus umgeht war der folgende eine schule in der es zu einer reihe von rassistischen vorfällen und übergriffen seitens der lehrerschaft gegenüber schüler und schülerinnen passiert ist und saraya gommis geht in diese schule um die schule zu beraten und wird selbst von der lehrerschaft massiv angefeindet wirklich ich will das gar nicht wiederholen was ihr dort widerfahren ist was macht die lehrerschaft nachdem diese vorfälle sozusagen öffentlich verhandelt worden sind und sie eben des rassismus also nicht mal nicht angeklagt aber sozusagen das als vorwurf deutlich im raum stand hat diese lehrerschaft eine eidesstattliche erklärung abgegeben des inhalts wir sind nicht rassistisch wir erklären an eides statt dass wir nicht rassistisch sind punkt damit ist das thema erledigt so glaubt die deutsche gesellschaft auch diese weiten teilen die deutsche politik und für das recht müssen wir uns das irgendwie angucken wie das ist wie wir rassismus man das haben wir im letzten jahr auch erlebt im zusammenhang mit der forderung dass es eine studie geben sollte zu rassistischer gewalt in der polizei wo der minister auch antrag erklärt hat das gibt es bei uns nicht punkt damit wird das irgendwie schnell sozusagen zu den akten sprichwörtlichen akten erlebt geniegt aus solchen gründen ist es wichtig dass wir an dieser kategorie festhalten um genau die form von diskriminierung von gewalt von herrschaft von ungleichheit auch thematisieren zu können ich habe aber ein großes fragezeichen damit dass wir das gewissermaßen selber offensiv also ob wenn ich doch weiter danach suchen müssen im beispielsweise im grundgesetz nach anderen formulierungen zu suchen anstatt also anstelle der formulierung aufgrund von aufgrund von geschlecht oder wegen des geschlechts oder wegen der rasse weil das sind für mich schon in den formulierungen welche die diese form von verdinglichung von versämtlichung ein alter begriff von hedwig dom aus der ersten frauenbewegung doch wieder sozusagen wenigstens durch die hintertür reinbringen und das bestätigen wie gesagt was ich eingangs gesagt habe wenn steward hall sagt wir werden die biologische spur nicht los und das ist wirklich eine frage also eine herausforderung mit der wir umgehen müssen wie wir kritisch über rasse sprechen können und die biologische spur endlich zu schneiden ich wollte anknüpfen natürlich an das was sabine gesagt hat natürlich mit dieser hartnäckigkeit der biologischen spur das sehe ich wenn ich meine polizei akten durchgehe dann sehe ich wieder die polizei schreibt von im südländer und da steht dann in klammern also ich habe mir einsatz noch mal rausgeschrieben es handelt sich bei ihnen vermutlich um südländer in klammern erscheinungsbild hautfarbe habitus okay da sehe ich das ich sehe das ja die biologische spur ist total präsent ich sehe dann nur nachher wenn bestimmte fälle durch die instanzen gehen so eine art whitewashing das kommt dann alles nicht mehr vor dann sind wir wieder beim abstrakten individuum ja und zum teil sind wir wenn wenn wir uns sachen anschauen zum beispiel zum gefährder da geht es ja gar nicht mehr um eine vorwerfbare tat wir wissen nichts über ort oder zeit oder ausführungshandlung von vielleicht einer gefährlichen tat sondern jetzt nur noch um die person ja absolute personalisierungstrend im recht ich möchte deswegen also ich stuart hall ist on point da ist eine hartnäckigkeit da und ich möchte eigentlich dass wir genau dieses unbehagen aufrechterhalten ja es gibt dass das biologisch biologist ist dass das geht das geht nicht raus ja und das andere beispiel das ist sogar ein beispiel auf das gengis basken was gerne noch mal aufmerksam macht ist als der täter von halle nicht durch die synagogentür kam und sich andere opfer ausgesucht hat wonach hat er geguckt in seiner eigenen aussage hat er geguckt nach menschen mit schwarzer hau sorry haa farbe haa farbe haa farbe also ich finde ich finde wir also dieses unbehagen das muss irgendwie auch da sein weil weil ich nicht also in meine mit meiner forschung jedenfalls nicht teilhaben möchte an so einer art whitewashing ja dieses so tun als wäre das nicht da und noch mal stuart hall der spricht ja gerade von diesen dynamiken und von diesen gleitenden eigenschaften des rechtes ja wie das recht sich dann irgendwie in ethnizität oder eine religion da rein schmuggelt so ja und weil wir nicht aufpassen wenn die antennen dafür nicht da sind wenn die begrifflichkeiten nicht da sind dann ist es auf einmal da adorno mit seiner aussage diese verpönte das verpönte merkt man rest rasse findet sich dann in kultur wieder und die rassialisierung von religion ist ja jetzt etwas was was erstens historisch ganz was ist antisemitismus anders als religion und rasse zu da und zusammen zu denken ja wir haben dann ganz leider extrem reichen jahrhunderte alten befund denn es lohnt genau auf diese konstellationen hin zu untersuchen und die konstellation religion rasse funktioniert auch heute leider ja dunia wird selber vielleicht davon gleich erzählen wollen was sie da gestern gemacht hat auf dieser konferenz wo es um dynamisch ja und wenn uns die begrifflichkeit fehlt wenn wir das unbehagen ausschalten wollen dann fehlt uns dann diese begriffen wissens begriffen rechts begriff und da das ist glaube ich schon so dass es vielleicht so noch mal vielleicht auch noch mal so ein bisschen mit nachdruck war was was at stake ja worum geht es hier ja vielleicht so viel von meiner seite danke chengis bitte kurz halten ja vielen dank ich werde es kurz halten weil nachher schon vieles gesagt hat was ich eigentlich auch sagen wollte in sabine also ich gehe wirklich mit mit allem was gerade gesagt worden ist ich frage mich nur wenn also ob wir wirklich ob das klug wäre was aus dem grundgesetz zu streichen aus einem ganz bestimmten grund ich finde solange solange der begriff menschenwürde in artikel 1 steht sollten wir auch an rasse halten weil die unantastbarkeit der menschenwürde im grundgesetz also kann nicht gelesen bestanden werden ohne begriff rasse der hintergrund der menschenwürde begriff ist dass eine rassen vernichtungspolitik stattgefunden hat und das sind zwei sehr zentrale begriffe im deutschen grundgesetz in meiner meinung nach nur zusammengelesen werden und umgekehrt gesagt also nicht von menschenwürde aus gestartet sondern von dem rechtsbegriff rasse aus argumentieren würde ich sagen dass das dass der begriff rasse im grundgesetz fast der erste stoffe stein der vergangenheitsmodell ist im deutschen kontext also es steht seit 49 da und es ist kipp und klar warum es dort steht so wenn wir das einmal so festhalten natürlich muss das nicht unbedingt ein verdienten heißen die art und weise wie der begriff geschlecht in 49 eingeführt wurde verstanden wurde ist doch völlig unterschiedlich wie wir heute gesteckt in der rechtsprechung des bundesverfassungsgerichts gestehen das heißt auch das bundesverfassungsgericht kann diese diese interpretations leistung schaffen nämlich geschlecht hin zu einer zu einer sozialen konstruiert hat und das kann meiner meinung nach auch mit dem verpasse funktionieren dass das funktionieren kann zeigt bereits die rechtsprechung des europäischen gerichtshof menschenrechte und der gerichtshof das genau das gerichtshof der europäischen union und daher bin ich ein wenig ja skeptisch also weil es hört sich danach an als ob wir jetzt verstanden haben dass es keine rassen gibt und es ist biologistisch damals war es vielleicht eine richtige reaktion auf was passiert ist und genauso richtig ist es heute auch daran festzuhalten denn wir können im kontext des grundgesetzes aber auch außerhalb des grundgesetzes durchaus rasse als soziale konstruktion zu bestehen und nicht zuletzt müssen wir natürlich wirklich ein kategorienbasiertes antidiskriminierungstext ernst nehmen wir sind noch nicht im postkategorialen zeitalter und ich genau also schon von anfang an wussten critical race theory scholars dass rasse eine soziale konstruktion ist dass man kritisch mit dem begriff rasse umzugehen daher critical race theory in der hinsicht ist es vielleicht schon ein postkategorialer ansatz aber eine lettre vielen dank chengis ich wollte auch selbst aus österreich einbringen weil ich ja selbst aus der praxis kommen vielen verschiedenen zivilgesellschaftlichen organisationen gearbeitet habe und auch selbst aktivistischen wien unterwegs bin und die seite auch sehr stark sehe und bei uns in österreich ist es so dass verschiedenste zivilgesellschaftliche organisationen tatsächlich die entfernung des rasse begrübs aus dem strafrecht und aus den antidiskriminierungs gesetzen fordern und es soll auch bald verhandlungen geben zum aktionsplan gegen rassismus und auch da wird von verschiedensten organisationen die entfernung beantragt werden wir haben das gleichbehandlungsgesetz welches diskriminierungen im arbeits in der arbeitswelt und beim zugang zu gütern und dienstleistungen regelt wo dieser begriff rasse von der antirassismus richtung nicht übernommen wurde und durch ethnische zugehörigkeit ersetzt wurde es ist ja so dass wenn man den begriff entfernt dann ist das was rasse sozusagen darstellt ja nicht weg sondern einfach anders benannt und gerade im aktivistischen bereich wo sehr viel um sprachliche sensibilität geht und wird auch gefordert dass man den begriff entfernt weil es für betroffene einfach retraumatisieren sein kann und verletzend sein kann gerade aufgrund der historie und der verbindung zur ns zeit hat es einfach im deutschsprachigen raum eine andere bedeutung und da es darum sehr viel sensibilisierung geht und die betroffene mit diesem begriff umgeht fordert man auch da dass der ersetzt werden soll das was er bedeutet verschwindet ja nicht wenn der begriff weg ist viele verwenden dann auch einfach den englischen begriff race weil er übersetzt was anderes bedeutet und ja also nur auch um da die andere sichtweisen sozusagen da darzustellen ja dann würde ich auch schon weitergehen denn wenn wir uns von dieser starken wie schwach beleuchtet beleuchteten wirksamkeit von rechts und rassismen wenn wir davon ausgehen von der hohen bedeutung für unser zusammenleben welche fragen stellen sich da für die zukunft also vor allem auch für in an bildungseinrichtungen zum beispiel wenn ich jetzt an unsere unidenkt das juridikum ich habe bisher eine einzige veranstaltung im jahr 2018 gesehen wo die critical race theory ganz nebenbei genannt wurde und ende dieses jahres bringt die zeitschrift juridikum zum beispiel erstmals auch einen schwerpunkt zu recht und rassismus heraus und wenn ich mich jetzt als studierende entscheiden würde in zukunft dafür offene forschungsfragen zum thema race und recht aufzugreifen was sind da die kernfragen die mich da umtreiben sollten und wo finde ich stärkung motivation wo kommen für mich hindernisse im universitären umfeld wer auch immer beginnen mag die zeit ist schnell verflogen wir haben auch eigentlich nur noch acht minuten ungefähr ja vielleicht fang diesmal ich mal an und auch eher erfahrungsbasiert ich habe zum beispiel in den vergangenen jahren häufig in der lehre in den gender studies die erfahrung gemacht dass die studierenden beispielsweise eben gender studies beginn oder auch kulturwissenschaft oder eins dieser fächer aus sozialen geisteswissenschaften und dann in juristerei wechseln mit der vorstellung da lernen sie jetzt das richtige handwerkszeug um die gesellschaft wirklich effektiv verändern zu können das besser als das soziale und geisteswissenschaftliche werkzeug was sie dann etwa in meinen lehrveranstaltungen erlernen können viele von denen also wie gesagt das ist jetzt keine repräsentative empirie sondern er also nur erfahrungsbasiert viele von denen kommen nach einer weile recht frustriert zurück vielleicht genau aus dem grund und ja den du gerade geschildert hast dass sie dann in der ausbildung sehen sie an den juristischen fakultäten dieses landes erleben genau das nicht lernen genau davon nichts erfahren und sondern jetzt mal ein bisschen platt gesprochen sozusagen erstmal relativ konventionell irgendwie paragrafen lernen also aber keine kritischen instrumente keine kritischen theoretischen instrumente beispielsweise kennenlernen überhaupt das recht zu verstehen also kommt nochmal zu meinem punkt zu recht zurück wie funktioniert das recht auch als ein wissens korpus beispielsweise was sind die politischen effekte von recht über die ambivalenzen über die wir eingangs gesprochen haben so oder bedarf es so ist meine wahrnehmung sozusagen von den meisten ziemlich viel beharrlichkeit und auch resilienz das dann irgendwie durchzustehen in der hoffnung irgendwann so viel so dann basics gelernt zu haben dass sie sich das andere was sie sich eigentlich erhofft haben im studium irgendwie selbst aneignen können oder dann doch in den wenigen rechtsbasierten Jenner Studies Lehrveranstaltungen die es beispielsweise an der Humboldt-Universität gibt das ist ja auch nicht an sehr vielen Universitäten dass die Jenner Studies zum Beispiel einen rechtswissenschaftlichen Schwerpunkt haben das ist ja auch relativ selten von der etablierung von also von der fundierten etablierung von kritischer Rassismusforschung brauchen wir ja auch nicht zu sprechen ein unbedingtes Desiderat an deutschen Hochschulen Danke, Katarina, Jana Hitz Ja, also diese ganze Diskussion die wir hier führen ist ja auch Teil von einer größeren jedenfalls in der Rechtswissenschaft natürlich Debatte zum Gleichheitsrecht und da wissen wir ja auch dass das Gleichheitsrecht weitestgehend noch ein Schattendasein fristet aber da ja auch sehr viel Bewegung und sehr viel Dynamik im Raum ist und natürlich ist das ein Bereich der auch eben stark in Deutschland von der feministischen Rechtswissenschaft vorangetrieben wird ja das sind die Leute die eben jenseits des abstrakten Individuums eben denken und irgendwie auch das das eben natürlich auch eben gerade Benachteiligung auch irgendwie auch nochmal so stark in den Vordergrund stellen und das ist eben natürlich auch dann auch kein weder eine weder ein Geheimnis noch eine Überraschung dass dann Leute wie Gengis Baskin-Masona Heizamoa in ihren Arbeiten natürlich auch von Susanne Bärder angeleitet worden sind das ist die Gleichheitsforschung das ist die feministische Rechtsforschung das ist die Rechtssoziologie der Umgang damit das kommt natürlich daher das ist gar keine Frage die Forderung ist jetzt natürlich wir brauchen mehr wo ist das bei den Leuten die Recht und Religion machen wo ist das bei den Leuten die das Völkerrecht machen wo ist das im Sozialrecht wo ist das im Migrationsrecht ja also das Instrumentarium ist ja auch da wir machen wir haben ja jetzt hier nicht gezaubert und irgendwie Geheimniswissenschaft und wir haben auch nicht alles nur eins zu eins übersetzt aus dem amerikanischen Diskurs natürlich ist das die große Herausforderung Rasse ist in USA informiert durch Sklaverei Rasse ist in UK informiert durch Kolonialismus Rasse ist in Deutschland informiert durch den Nationalsozialismus und natürlich jetzt auch die der Umgang mit der deutschen Kolonialgeschichte ja und da gibt es unterschiedliche historische Informiertheiten die wir da ist noch ein riesiger Forschungsbestand ja wir haben noch so viel zu tun wir sind gerade erst am Anfang deswegen war ja auch eigentlich und das kann ich ja vielleicht auch noch mal sagen eben auch in den Communities jenseits der wissenschaftlichen wenn wir da auch diskutieren und Genghis und ich dann war das noch mal so schon auch noch dieses ja wir stehen gerade am Anfang der Diskussion ja wir wollen noch mal schauen das ist auch das was Sabine jetzt noch mal stark gemacht hat was leistet denn dieser Begriff wir haben ja wir haben schon über die Grenzen des Begriffs gesprochen obwohl wir noch nicht mal überhaupt das Potenzial irgendwie mal aufgefächert haben mal aufgebreitet haben ja ja und da haben wir wir haben wir stehen gerade am Anfang das ist doch wunderbar wir brauchen also eigentlich ich hätte am liebsten gehabt jemand würde so mitschreiben noch machen wenn DFG Antrag raus oder so ein Forschungskolleg ja wir stehen am Anfang das ist ich bin eigentlich total begeistert also die forschende Intellektuelle in mir ist total begeistert kollektiv diskutieren das ist genau der Raum ja da da sind wir jetzt gefragt ja wo sind die Leute die historisch informiert sind wo sind das da kann man wunderbare ich weiß die Philosophinnen sind schon längst am Werk die sind uns glaube ich schon fast voraus ja also ich will nur sagen das Material ist da die Leute sind da ich glaube was aber nicht passieren darf und das will ich vielleicht doch noch mal sagen ich möchte also nicht so ein wegducken so eine Angst davor haben da habe ich den Begriff benutzen da habe ich den nicht benutzen ich möchte da das Gefühl haben way to go ja und ich möchte ich spreche jetzt auch noch mal explizit für mich vielleicht auch für Genghis ich möchte immer im Gespräch bleiben können mit meinen internationalen Kolleginnen immer ja ich möchte lernen ich möchte das ist ich möchte keinen methodologischen Nationalismus okay weil dann 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 weiß ich nicht dann schreiben wir uns raus ja aus dem Europarecht aus dem Völkerrecht aus den Theorien das ist ein lernender Prozess und deswegen wenn wir wenn wir jetzt hier rausgehen können und Leute sagen oh mein Gott ich möchte meine Dissertation dazu schreiben oder mein neues Postdoc-Projekt oder ich weiß nicht was ja oder das in die Communities reintragen super dann halt kollektiv diskutieren genau das gemacht was Petra von Anfang an wollte bravo Danke Genghis ja ich glaube da hat mehr oder weniger alles gesagt was ich hinzufügen hatte vielleicht aus einer rechtssoziologischen und rechtsoziologischen Perspektive ein Punkt noch also ich glaube eine Übung eine Übung die deutsche Juristinnen vielleicht mehr als andere Juristinnen brauchen ist etwas mehr Interdisziplinarität und nicht Interdisziplinarität reden über Interdisziplinarität sondern Interdisziplinarität doing interdisziplinarity also es war für mich wirklich ich bin ja ich komme ja aus Belgien habe ein sehr indizziplinäres Studium genossen in Belgien also Rechtsstudium und bin auch vielleicht nicht zufällig gelandet in MPI für rechtsethnologische Forschung wo ich selbst rechtsethnologische Forschung betrieben habe ich kann nur jedem Juristinnen empfehlen das wirklich einmal im Leben zu machen um und das ist der entscheidende Unterschied nicht vom Staat her zu denken und das ist glaube ich ein Problem womit viele deutsche Juristen zu kämpfen haben nämlich ein sehr staatszentriertes Denken über das Recht ich glaube ich fände es viel produktiver um aus der Gesellschaft heraus von Menschen heraus über das Recht über Konflikte in der Gesellschaft zu denken und wie man eigentlich mit Konflikten umzugehen hat das heißt das kann am Ende heißen auch im Kontext des Antidiskriminierungsrechts dass zum Beispiel auch ein Fall von Antidiskriminierung nicht unbedingt vor Gericht gelöst werden muss dass vielleicht beide Parteien vielleicht viel besser davon gehen um ein Problem außergerichtet zu lösen mit allen Vor- und Nachteilen also wenn wir einmal verstanden haben, dass das Recht nur ein gesellschaftliches Feld ist nur ein semi-autonomes soziales Feld um es sozusagen ethnologisch auszudrücken dann verstehen wir, dann können wir damit auch das Recht dezentrieren und um zurückzukoppeln auf unsere Anti-Rasse-Debatte im Kontext des Grundgesetzes und erst dann verstehen wir eigentlich dass was versucht wird mit dem Grundgesetz zu machen nämlich so eine symbolische Aufladung in Artikel 3 Absatz 3 dass ich denke, das ist fast eine Überflachtung diese ganze Debatte, gesellschaftliche Debatte zu Rassismus und Identitätspolitik wird so überflachtet im Grundgesetz selbst während das Antidiskriminierungsrecht eine ganz spezifische Funktion hat nämlich Schutz zu bieten vor diskriminierenden Handlungen und nicht vor diskriminierenden Strukturen inzwischen wissen wir natürlich mit der Figur der mittelbaren Diskriminierung dass wir weitergehen können aber das Recht ist kein Allheilmittel und wir müssen auch verstehen als Juristen das Recht zu dezentrieren und deswegen würde ich auch für die Zukunft dafür prädieren dass wir viel interdisziplinärer nicht nur denken müssen, sondern wirklich arbeiten müssen Vielen Dank Cengiz Ja, also die Diskussion jetzt gerade hier heute glaube ich veranschaulicht ziemlich gut wie wichtig es ist darüber zu sprechen und wie wichtig es ist sich darüber auszutauschen einfach um beide Seiten zu hören da noch die Bedürfnisse beider Seiten zu verstehen und da vielleicht gemeinsam eine Lösung zu finden also vielen Dank für diese wirklich wichtige und spannende Diskussion ich würde jetzt dann für das Publikum die Fragerunde eröffnen beziehungsweise Wortmeldung ich möchte daran erinnern das ist ein Gespräch das heißt es ist möglich sowohl Fragen zu stellen als auch Wortmeldungen, Denkanstöße zu teilen und ich habe im Chat schon einige Fragen gesehen Ich schaue noch kurz welche da zuerst war Sharon Dodua-Oto hat eine Frage gestellt ich würde Sie vielleicht bitten die Frage per Mikro und Kamera zu stellen Hallo, kann man mich hören? Ja Ich kann meine Kamera leider nicht anmachen Ist okay Okay, es war vorher vorhin die Rede von Rasse als Begriff das ungemütlich machen wir müssen diese Unbehagen Entschuldigung, dass es ein Unbehagen bringt und ich habe die Frage gestellt um wessen Unbehagen geht es und das war eine ernst gemeinte Frage weil ich das Gefühl hatte dass meine also ich gehöre zu dem Teil von Menschen die argumentieren oder die den Argumenten anschließen dass das Rasse Begriff ersetzt werden könnte und ich würde also spontan gesagt ich finde sowas wie Rassifizierung ganz gut und mir geht es nicht um ein Unbehagen wenn ich das sage und deswegen kam die Frage für mich auf vielleicht ganz kurz bevor die Frage beantwortet wird möchte ich nur das Publikum erinnern bitte ein Sternchen in den Chat reinzuschreiben wenn sie Fragen stellen möchten dann jetzt einige die Hand heben genau also wir machen das mit Sternchen oder Nummern im Chat Danke Ich versuche das mal aufzugreifen weil ich ja auch das Unbehagen in die Diskussion gebracht habe und ich meine glaube ich erstens dieses Unbehagen bei dem es darum gilt das in Produktivität umzuwandeln das darf natürlich nicht dabei stehen bleiben aber erstmal dieses Unbehagen in diesem Spannungsverhältnis zwischen dem biologisch-biologistischen und dem sozialen ich habe ein Unbehagen wenn ich diese Polizeiakten lese und da steht da drin Südländer, Erscheinungsbild, Hautfarbe, Habitus das macht was mit mir das macht was mit mir ganz körperlich obwohl ich eigentlich versuche eine rechtswissenschaftliche Arbeit draus zu machen da gibt es aber auch ein Unbehagen wenn man Gesetzesmaterialien liest es gibt ein Unbehagen ich hatte vorhin den Antiterror-Datei-Gesetz schon erwähnt ich will nur sagen das ist ein Unbehagen bei allen und gleichzeitig und das haben wir vielleicht gar nicht genügend erwähnt diese Begriffe sind Fremdzuschreibung wenn sie zum Beispiel staatlicherweise eben auch zum Teil genutzt werden ich rede jetzt meine Arbeiten zum Teil natürlich durch Sicherheitsbehörden aber auch insgesamt staatliche Fragen aber es sind ja auch Begriffe der Selbstbezeichnung so ein emanzipativer Turn wir wissen von Begrifflichkeiten die vorher eine extrem abwertende Bedeutung hatten schwul, queer, schwarz und die geturnt worden sind wo auch die Bewegungen sich das als Badge of Honor also das füllen wir jetzt auf ihr dachtet, ihr könntet uns damit abdegraden wir nutzen das ja ganz anders und ich glaube, was heißt denn Black Lives Matter anderes und es gibt eben wir wissen es von Kolleginnen es gibt irgendwie auch Black Health ich will damit nur sagen erstens Spannung, Unbehagen, Produktivität verschiedene Turns also mindestens wissenschaftlich muss das möglich sein und aktivistisch wird das schon praktiziert und ich will da einfach nur mir geht es darum, benennbar, adressierbar die Begriffe zu haben, die wir historisieren können womit wir arbeiten können Vielen Dank Nahet wenn es in Ordnung ist, würde ich zur nächsten Frage übergehen oder möchte Cengiz oder Sabine noch was dazu sagen aber es ist ja eh von Nahet auch das Unbehagen angesprochen worden als nächstes Susanne Bär Also bitte mit Kamera und Mikro melden wenn möglich Gut, wenn sich Susanne Bär noch nicht meldet, dann würde ich David Simpson vorziehen bitte mit Mikro und Kamera Danke Hallo, vielen Dank und es freut mich sehr, diese Veranstaltung auch zuhören zu können ich bin in Österreich aufgewachsen, bin jetzt aber seit 14 Jahren in den USA und habe mich an der Law School mit Critical Race Theory beschäftigt und spezialisiert und das war damals was ganz Neues für mich, weil ich aufwachsende in Österreich einfach nicht gesehen habe, gehört habe und offenbar ist es immer noch so, dass Critical Race Theory nicht wirklich eine Rolle spielt Darum freue ich mich, dass es diese Veranstaltungen gibt und werden sie auch sicher in der Zukunft weiter wieder weiter teilnehmen meine Frage ist eine andere Herr Dr. Baskermatz, ich weiß, dass Sie es wurde viel diskutiert heute schon über den Rassebegriff ich habe eine weitergehende Frage über den Rassismusbegriff weil in den USA natürlich ein Teil der Diskussion ist in der Critical Race Theory vorzubringen, dass Rassismus viel zu oft, vor allem im Recht als Einzeltat eines sozusagen verstanden wird und ich weiß, dass Sie über den Begriff Ausländerfeindlichkeit schon geschrieben haben und dass das quasi als Rassismus verstanden wird was ist Rassismus? Rassismus ist Ausländerfeindlichkeit von einzelnen Personen Feindlichkeit von einzelnen Personen und das beschreibt natürlich nur einen ganz kleinen Teil dessen, was Rassismus tatsächlich darstellt und ich wollte nur fragen, ob die Leute im Panel auch ein bisschen mehr darüber sprechen könnten inwiefern diese Diskussion in Deutschland existiert wie sie im Recht unter Umständen Einklang findet oder nicht und wenn sie nicht Einklang findet, wie man das in der Zukunft besser vorantreiben könnte und dieses Problem des Kleinermachens des Problems, das das Problem zu verkleinern reversieren kann und daher auch bessere Rechtsmittel für die Zukunft finden kann. Vielen Dank. Kann ich tun ja? Vielen Dank, David. Es ist schön, dich hier zu sehen. Wir haben tatsächlich angefangen, uns anzuschreiben und es hat mich sehr gefreut, mitzubekommen, dass Menschen mit Österreichischen im Hintergrund inzwischen auch genau das CRT-Denken dort sind und wieder zurück reflektieren. Ich würde gerne deine Frage in eine Antwort zusammenbringen und ich weiß nicht, ob das mir gelingen wird, weil tatsächlich habe ich dazu einige Gedanken. Zunächst mal, um hier weiter mit der Anti-Rasse-Debatte weiter daran anzuknüpfen, also ich habe das Gefühl, dass wir in der Anti-Rasse-Debatte so tun, als ob wir verstanden haben, was Rasse ist, nämlich etwas biologisches, was wir nicht mehr brauchen und deswegen nicht. Susanne Bär hat zu Recht darauf hingewiesen im Chatverlauf, dass es ja nicht eine Streichung ist, sondern dass das ersetzt wird zu rassistisch. Nun habe ich das Gefühl, dass im ganzen politischen Diskurs vor allem der Eindruck entsteht, dass wir jetzt auf einmal alle wissen, was Rassismus ist. Und da bin ich mir auch nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass zum ersten Mal im politischen, im politischen Diskurs Rassismus eingeführt wird, also alle reden auf einmal über strukturell, also alle, also es wird viel mehr über strukturell Diskriminierung, strukturell Rassismus gesprochen, aber ich habe das Gefühl, es ist fast ein entlehrter Begriff geworden. Also fast so, dass eigentlich Rassismus ist, wenn wir nicht mehr in Rassenkategorien denken. Und das ist mir auch alles ein wenig zu einfach und ich habe das Gefühl, wenn wir das ein wenig historisieren, dass der Begriff Rasse heute diese Unbehagen erweckt, was eigentlich Rassismus vor 20, 30, 40 Jahren hatte. Und dementsprechend auch ausgewichen wurde auf Begriffe wie Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit. Ähnlich würde ich heute argumentieren. Heute wird ausgewichen auf Hautfarbe oder Ethnizität, was nicht so unangenehm fühlt. Und ich glaube, das ist, das ist wirklich, was zurzeit passiert. Und dass Rassismus historisch ist, es tradiert ist, kommt nirgendwo anders zum Ausdruck als im Begriff Rasse selbst, weil der Begriff Rasse ist so alt und genauso wie Rassismus. Und ich glaube, das müssen wir verstehen und das müssen wir zusammendenken. Nämlich, dass es kein Rassismus-Konzept ohne Rasse geben kann. Und auch sowohl im Kontext des Grundgesetzes als außerhalb. Und auch in der Legal Doctrine oder beziehungsweise in der Dogmatik ist es ja so, wenn die Kimberly Crenshaw wirklich heute nochmal ganz genau lesen würden, ist es ja eine Kritik der Rechtsdoktrin, warum zum Beispiel Intersektionalität, warum es dem Antisemitismusrecht nicht gelingt, Intersektionalität zu adressieren. Und ich würde ähnlich argumentieren, ähnlich argumentieren und heute behaupten, dass, indem wir den Begriff rassistisch eigentlich in den Grundgesetz, also in das Grundgesetz nehmen würden, wir eigentlich insinuieren, dass wir ein so großes strukturelles Problem einfach in einem Gesetz irgendwie platzieren können und hoffen, dass das Antisemitismusrecht jetzt richtig funktioniert. Obwohl wir so tun, als ob es davor nicht funktioniert, dass wir die Begriff rasse. Ich meine, es wäre doch nur, also wir sagen doch auch nicht, dass Grundgesetz soll Schutz bieten gegen kapitalistische Diskriminierung, gegen sexistische Diskriminierung. Und für mich ist das Konzept Rassismus auf der analytischen Ebene, auf der semantischen Ebene nahe zu Kapitalismus, zu Ableismus, zu Sexismus. Und dann können wir vielleicht darüber diskutieren, um das Ganze neu zu schreiben, um so zu denken. Aber so hat bisher, so, das war nicht die Logik des Antidiskriminierungsrechts. Und dem entsprechen, es ist nur folgerichtig, eine Kategorie festzuhalten, weil das bisherige Antidiskriminierungsrecht mit, also Kategorien basiert ist. Kimberly Crenshaw und Catherine McKinnon haben vor, also haben letztes Jahr im Yale Law Journal ein Equality Clause vorgeschlagen. Das sind Professorinnen, das sind Intellektuellen, das sind, ja, Denkerinnen von Legal Gender Studies and Race Studies, die nach so vielen Jahren trotzdem in dem Beitrag festhalten an Sex and Race. Also müsste es doch einen Grund geben. Ich möchte jetzt kein autoritäres Argument machen, sondern wir sollten wirklich mal ganz genau lesen, was aus welchen Gründen dort tatsächlich noch immer an Kategorien festhalten wird. Vielen Dank, Cengiz. Vielleicht nur kurz, weil du über strukturellen und institutionellen Rassismus gesprochen hast, dass jeder davon spricht, also ich kann noch von Österreich reden, dass eigentlich bei uns das erste Mal von institutionellem, strukturellen Rassismus letztes Jahr aufgrund der Black Lives Matter Bewegung gesprochen wurde. Also das ist bei uns leider noch nicht ganz angekommen. Vielleicht noch kurz zu, weil Susanne Bär jetzt auch nochmal geschrieben hat, dass Rasse ja nicht bedeutet Elimination, sondern einfach ein Ersatz, und zwar rassistisch wäre der Vorschlag, es damit zu ersetzen. Möchte da jemand noch was zu sagen? Ja, ich habe auch vergessen, eigentlich dazu was zu sagen. Also wenn wir zum Beispiel den Ober-Oberbeschluss des Bundesverfassungsgerichts nehmen, das ist eine Entscheidung von einigen Monaten und eine wirklich weltweisende Entscheidung, um das Diskriminierung der Rasse stark zu machen, beziehungsweise den Bekenntnis von Rassismus mit dem Recht. Nur, also ich frage mich, ob das wirklich, also wenn wir es ganz genau lesen, steht an einer Stelle, dass Artikel 3 Absatz 3 gegen rassistische Diskriminierung gerichtet ist. Das müsste mehr oder weniger the wording sein. Ich glaube, noch steht Rassismus nicht im Grundgesetz. Noch steht da Rasse. Und Rasse und Rassismus ist nicht gleich. Also ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass das Artikel 3 Absatz 3 gegen rassistische Diskriminierung gerichtet ist, sondern gegen rassistische Diskriminierung. Das wäre hartbestandsmerkmalmäßig und verfassungsdogmatisch, glaube ich, das wichtige Wording. Und das, was die Politik jetzt möchte, vielleicht ist das jetzt ein sehr kluger Zug, um die Weichen zu stellen, zu sagen, da gibt es keine Politik darauf hinweisen, dass eigentlich das Bundesverfassungsgericht das auch als rassistische Diskriminierung ist. Aber glaube ich, verfassungsdogmatisch, Tatbestandsmerkmal auf der Ebene des Tatbestandsmerkmals, glaube ich, ist es nur folgerichtig zu behaupten, es ist rassische Diskriminierung oder beziehungsweise Diskriminierung aufgrund der Rasse. Und zwischen Rasse, Razzialisierung, um auf die Frage von Sharon zurückzukommen, Rasse, Razzialisierung und Rassismus, das sind unterschiedliche Aspekte, die voneinander unterschieden, nuanciert werden müssen und so auch analysiert werden müssen. Und auch in einem Zusammenhang natürlich. Aber die können nicht alle zusammenhalten. Und ich glaube, das ist das Problem zurzeit, glaube ich, im Antirasse-Diskurs. Danke, Cengiz. Sabine, dein Mikro ist ab. Ja, ich würde gerne noch was dazu ergänzen. Das taucht so kurz auf, warum soll das nur für Rasse geändert werden? Ich wäre absolut dafür, darüber nachzudenken, dass das nicht nur für Rasse geändert wird, sondern auch für Geschlecht, in der Tat. Und vielleicht müssen wir auch noch mal ein bisschen stärker unterscheiden, was ist politisch sinnvoll, was brauchen wir analytisch, intellektuell und welche Begriffe taugen im Recht am besten. Das wäre vielleicht auch noch mal wichtig, darüber noch mal ein bisschen, unsere Zeit ist jetzt insgesamt schon fast zu Ende, dass wir das heute Abend nicht mehr tun können. Aber wenn wir in weiteren Runden auf diese Fragen zurückkommen, dass wir da noch mal ein bisschen genauer drüber nachdenken, was jeweils sinnvoll ist, was für die Beibehaltung der Kategorie spricht. In der US-amerikanischen Soziologie gab es vor einigen Jahren, das ist jetzt bestimmt schon vielleicht 15 Jahre her, die Diskussion darum, dass tatsächlich Waze als soziologische Kategorie auch aus den statistischen Erhebungen beispielsweise gestrichen werden sollte. Und die US-amerikanische Soziologische Gesellschaft, die ASA, hat damals gesagt, wir brauchen den Begriff weiterhin, damit wir Waze-bedingte soziale Ungleichheiten, ökonomische und politische Ungleichheiten artikulieren können. Wir können nicht darauf verzichten, das zum Beispiel nicht zu erheben. Erleben wir in unserem, das hat es, glaube ich, eingangs schon mal angesprochen, Wir haben ja zum Beispiel diese statistischen Daten viel zu wenig in den Kontexten, in denen das für mich zum Beispiel relevant ist an den Universitäten, wenn es jetzt darum geht, welche Diversitätspolitiken brauchen wir, welche Antidiskriminierungspolitiken brauchen wir, damit wir vielfältiger werden in der Studierendenschaft, in den verschiedenen Personalkategorien, die an den Universitäten lehren, dann stoßen wir ganz schnell an die Hürde, dass wir gar nicht wissen, wer schon da ist. Und wir nicht wissen, wer warum nicht da ist, weil wir diese Daten nicht haben. Also es gibt sozusagen wissenschaftlich viele Gründe, warum das wichtig ist, sozusagen die Kategorie beizubehalten. Wir brauchen Kategorien, um Wissenschaft betreiben zu können. Das ist irgendwie ganz klar. Aber wir haben in der Wissenschaft dann eben aber auch den Vorteil, dass wir über die Instrumente verfügen, über die, ich will jetzt mal die Realitätseffekte, die Wirklichkeitseffekte der Kategorien nachzudenken. Und ein Stück weit sozusagen die verdinglichenden, die reifizierenden Effekte, die versämtlichen Effekte sozusagen des Nutzens von Kategorien reflexiv einzuholen. Inwieweit uns das im Politischen gelingt, da habe ich meine Zweifel. Und da ist es schon ungleich viel schwieriger. Und inwieweit es im Recht möglich ist, sozusagen Kategorien reflexiv die verdinglichenden und damit immer gewalttätigen Momente von Kategorien einzuholen. Darüber würde ich tatsächlich gerne noch weiter und intensiver nachdenken, wie das gelingen kann. Wie wir kategorial sozusagen im Recht vorgehen können und die gewaltförmigen, die Momente epistemischer Gewalt, die in der Nutzung von Kategorien immer enthalten sind, reflexiv einholen können. Das wäre jedenfalls eine gute Idee für vielleicht einen nächsten Tag, der sich dem Thema widmet. Wäre auf jeden Fall spannend. Ich würde als nächstes Muriel González-Atenas bitten, die Kamera und Mikro einzuschalten für die Frage. Ja, vielen Dank. Hört man mich? Ja, ne? Ja, jetzt hat Sabine schon ganz viel von dem gesagt, was ich hätte sagen wollen. Ich brauche gar nicht so zu schreien. Weil es mir doch in der Debatte so ein bisschen so vorkam, dass man so ein bisschen aus den Augen verliert, auf welchen Ebenen sich das alles befindet. Also natürlich, ich bin Historikerin zum Beispiel und ich brauche diesen Begriff, um Analysen machen zu können. Ich habe in meinen Quellen so vergeschlechtlichte Worte, die ich heute nicht mehr verwenden würde, rassifizierende Worte und diskriminierende Worte, die ich heute so nicht verwenden würde. Ich brauche die sozusagen, ich muss sie aber benennen können, um eine Analyse richtig hinzubekommen und die Begrifflichkeiten zu verwenden. Ich widerspreche auch Genghis in dem Punkt, wir wissen vielleicht gar nicht, wie Rassismus oder Rassismus funktioniert. Ich glaube, also ich bin nicht nur Wissenschaftlerin, sondern ich bin auch Aktivistin. Ich glaube, für mich kann ich das sagen, ich weiß, wie es für mich funktioniert. Ich weiß, wie es für mich sich anfühlt. Ich habe mich historisch damit beschäftigt und das ist kein Hexenwerk, wie Rassismus funktioniert, wie Race als Ordnungsprinzip funktioniert. Das Gleiche haben wir ja mit Geschlecht. Ich bin frühe Neuzeitlerin und Geschlecht ist erst mal ein Ordnungsprinzip. Wenn ich aber auf der sozialen Ebene oder aktivistischen Ebene mit einem utopistischen Anspruch oder einem transformativen Anspruch arbeite, geht es natürlich um etwas ganz anderes, als wenn ich irgendwie wissenschaftlich-analytisch arbeite. Und inwiefern Wissenschaft auch eine gesellschaftliche Intervention formulieren kann, sei mal dahingestellt. Es gibt, dass Akademie sozusagen soziale Interventionen, politische Interventionen formulieren kann, bevor sie sich sozusagen auf der Straße formiert. Ich glaube, an dem Punkt sind wir gerade nicht und schon gar nicht mit der Antirassismus oder mit der Antidiskriminierungsdebatte nicht. Von daher ist zum einen zu überlegen, brauche ich das als Analyse-Werkzeug? Sprache macht viel mit uns, wenn wir das ständig, also die Mimikrie, die Wiederholung, die Performance, die macht was in unserer Sprache, wenn wir das ständig verwenden, der Begriff. Und das dritte wäre, ist Recht sozusagen die Disziplin, die sozusagen auch solche Veränderungen anstoßen könnte. Also indem man eben nicht mehr von Rasse spricht, sondern von rassistisch oder von rassifizierend oder wie auch immer, um sozusagen auf so einer rechtswissenschaftlich informierten Ebene zu kommentieren, wie Sprachgebrauch und damit auch Bewusstsein funktioniert. Ich weiß nicht, ob das geht in der Rechtswissenschaft. Aber also die Frage ist, was wollen Juristinnen? Wollen Sie eine Intervention formulieren oder wollen Sie an einer Intervention mitwirken? Oder geht es um Analyse-Kategorien? Und ja, ich glaube, diese Entscheidung müssen wir alle Wissenschaftlerinnen uns stellen, ständig. Also ich glaube auch, dass es keine Entscheidung ist, die man einmal trifft, sondern die man immer wieder treffen muss. Vielen Dank für den tollen Vortrag und die Diskussion. Vielen Dank. Das ist nur so eine Analyse-Kategorien. Möchte jemand da reagieren? Ich möchte mich vielleicht nur einen kurzen Einwurf machen. Erstens, direkt vorweg, natürlich sind das alles Interventionen. Also wir machen die ganze Zeit Interventionen und wir versuchen die natürlich wissenschaftlich informiert zu machen. Das sind wissenschaftliche Debatten, da geht es aber auch um richtig was. Und ich glaube, das, was wir heute machen, das zeigt ja, es geht auch richtig um was. Ich möchte nochmal einmal kurz nochmal so eine internationale Ebene reinbringen. Und zwar bei einigen der Konferenzen des UN-Antirassismus, der UN-Antirassismus-Konvention des UN-Antirassismus-Ausschusses, gab es die Diskussion schon, so wie wir sie gerade so führen, Rasse rein, raus, was machen wir damit, ja? Gab es schon. Wer wollte es raus haben? Die Franzosen, die Belgier haben sich ganz stark dafür gemacht. Die Niederländer, unwohl sein, können wir nicht, ist irgendwie nicht Post und können wir nicht, ja? Und wer wollte das unbedingt drin haben? Das waren Mauretanien, ich weiß nicht, wie soll man nochmal, ich habe die Länder irgendwo, aber ja, Länder auch des globalen Südens, die gesagt haben, Leute, so leicht ist das nicht. Ich will nur, ich sage das nur, ich will jetzt nicht nochmal die ganze Diskussion aufrollen mit Pro und Contra. Und ich will auch nicht das autoritäre Argument machen, das wollte ja auch Ringes vorhin nicht machen. Aber die Diskussionen sind als solche nicht neu. Ja, wir führen nicht zum ersten Mal die Diskussion Rasse rein, raus, ja? Und wir kennen es eben auch auf der internationalen Ebene. Und ich möchte, wo eben auch Länder des globalen Südens, in dem Fall waren es tatsächlich, ich weiß nicht mehr genau, also vorwiegend afrikanische Länder, ich weiß nicht, ob auch aus Asien, habe ich gerade nicht mehr parat. Aber nein, also da gibt es Leute, die sagen, das wird wichtig werden, egal, für Fragen von Reparation, Rehabilitation, Umgang mit kolonialer Geschichte, ja? Und es ist nicht, Geschichte ist kein fernes Land. Also dieses Narrativ so, also das ist nicht, wir können es nicht reinboxen in 1933 bis 1945, ja? Oder von mir aus in irgendeine koloniale Geschichte oder in irgendeine Geschichte der Sklaverei. Das ist schon auch so dieses, nee, nicht so. Und der letzte Punkt vielleicht wirklich nur, also ich habe vorhin versucht, wirklich ganz positiv zu enden, Aber ich möchte eine Sache trotzdem nochmal ganz kurz zum Denken, also aufführen. Dunia Khalil hat angefangen mit, Trump hat die Executive Order rausgegeben, kein CRT in staatlich geförderten Bildungsinstitutionen. Dann hatten wir die Debatte in UK, okay? Kein Critical Race. Wir brauchen hier, wir müssen den Kolonialismus glorifizieren und so schlimm war es auch nicht. Und dann hatten wir die Debatte in Frankreich, ja? Unsere Kolleginnen in Frankreich stehen unter enormem Druck, enormem Druck. Die Debatte ist jetzt nicht nur, was da irgendwelche rechte Pöbel auf der Straße fordern, sondern die Debatten sind in der Uni. Und für mich muss ich schon auch sagen, es tut mir ein bisschen im Herzen weh, dass wir die Debatten nicht unbedingt aus der rechten Seite haben, sondern dass sie eben auch in diesen linken, in diesen, ja, in den, also eben nicht aus dezidierter rechte Perspektive haben. Das irritiert mich, das möchte ich zumindest mal so sagen, ja? Und da müssen wir drüber nachdenken, ja? Weil natürlich, das hat was, ich weiß, Sabine arbeitet zu Solidaritäten und zu Allianzen und zu Community statt Konkurrenz und so weiter, ja? Irgendwie müssen wir da einen Weg finden, weil es ist in Ordnung, dass wir uns ausdifferenzieren, ja? Aber die Intervention, wenn wir die gemeinsam machen können, das wäre schon wichtig, weil alles, was wir hier machen, das ist kritische Rechtsforschung, ja? Da stehen wir auf weiter Flur alleine. Wenn ich Leute beraten soll, bei wem sie denn was schreiben, eine Promotion, ein Postdoc, ja? Da muss ich manchmal schon auch überlegen, ja? Also da sind nicht so viele in der Wissenschaftslandschaft hier, ja? Deswegen vielleicht nur noch mal, vielleicht auch noch mal so ein Unbehagen, also ein Unbehagen mit einem Appell, das müssen wir noch hinkriegen, ja? Also so viel vielleicht dazu. Danke, Nahet. Im Hinblick auf die Zeit würde ich eigentlich, also es sind drei, vier Fragen noch, die gern gekommen wären. Vielleicht, wenn es möglich ist, Ulrike Lemke, wirklich sich kurz zu halten, African 1884. Also zuerst mal Ulrike Lemke, bitte, wenn es möglich ist, kurz. Ich werde die Fragen sammeln und dann gesammelt stellen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich befinde mich jetzt in einer mehrfach unbehaglichen Position, aber so muss es vermutlich auch sein. Mit Blick auf die Zeit und mit Blick auf Nahet jetzt deine letzte Wortmeldung und dass wir nicht in einem Raum zusammensitzen, wo man noch ganz anders, glaube ich, miteinander ins Gespräch kommen kann. Ich will trotzdem eine ganz kleine Intervention versuchen aus juristischer Perspektive, deutscher juristischer Perspektive, um mich hier komplett zu outen. Ich mache da sozusagen in Lehre und Forschung genau diese Fragen. Also ich habe ein Seminar gemacht zu Rassismus und Antisemitismus im Rechtsdiskurs nach 1945, im WZQ-Seminar. Ich habe das sozusagen, ich forsche ein bisschen zu Kolonialismus und den Fahrtabhängigkeiten und ich frage mich tatsächlich, sind wir so weit auseinander, wie es die Debatte um die Frage Artikel 3 Absatz 3 eigentlich vermuten lässt? Und das glaube ich nämlich nicht, sondern ich habe sehr aufmerksam heute, also ich habe auch vorher aufmerksam eure Texte gelesen, aber heute nochmal aufmerksam euch gehört. Und herzlichen Dank dafür, dass ihr hier dieses wirklich spannende Panel sozusagen zusammengebracht habt. Für mich ist es so, wenn ich raufgucke auf die Gesetzesmaterien, also Artikel 3.3, Antidiskriminierungsgesetz und so, dann bin ich tatsächlich eine immer noch trotz des heutigen Tages starke Verfechterin, dafür den Begriff der Rasse dort zu ersetzen durch rassistisch. Der Hintergrund ist, dass das aus meiner Sicht Antidiskriminierungsrecht ist, was sich, da ist die Staatsnähe, an Rechtsanwender, vor allem Gerichte, richtet. Und vielleicht widerspricht mir da niemand, wenn ich sage, dass deutsche Gerichte eine gewisse Mühe haben, überhaupt mit Antidiskriminierungsrecht zurechtzukommen und umso mehr, wenn es um Rassismus geht. Dann hört irgendwie alles so ziemlich auf und auch jede Expertise hört irgendwie auf. Die Frage aber, wo eigentlich Critical Race Theory hingehört und wo auch der Begriff der Rasse als Wissenskategorie hingehört, das wäre sozusagen sofort auf der nächsten Stufe. Denn in dem Moment, wenn ich also sozusagen dahin kommen möchte, zu erklären, was ist denn bitte rassistische Diskriminierung, was ja jetzt irgendwie alle wissen, aber niemand so richtig, vor allem deutsche Gerichte immer noch nicht, dann spielt natürlich die Frage eines interdisziplinären Zugangs und von Rasse als Wissenskategorie eine ganz große Rolle. Also Antidiskriminierungsrecht geht überhaupt nur interdisziplinär informiert und durchdrungen und das so zu machen. Und ich denke, da ist, also mein Eindruck ist übrigens, das Unbehagen bei deutschen JuristInnen ist groß, wenn sie Rassismus lesen. Ich weiß gar nicht, ob es da so große Unterschiede gibt zwischen den einzelnen Begriffen. Und ich wollte mal kurz sagen, natürlich ist der Wunsch auch insgesamt, die, ich nenne es mal Dynamik von Diskriminierung in Gesetzestexten besser abzubilden, der ist da nur sexistisch. Und da ist das wieder mit den Fahrtabhängigkeiten, ist in Deutschland einfach ein Begriff ohne Wucht. Das ist so was ganz Harmloses, was mal passiert. Wenn man jetzt statt Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sexistische Diskriminierung ins Grundgesetz schreiben würde, habe ich eine dunkle Vorstellung, wie das sozusagen laufen würde. Und eine allerletzte Anmerkung zu diesem biologistischen Imprint, den der Begriff der Rasse hat. Da wäre ich mal ganz vorsichtig, das erweckt manchmal so einen Eindruck völlig gegen den Willen der SprecherInnen häufig, glaube ich, als gäbe es so einen historischen Ablauf von früher war das irgendwie alles biologistisch und dann ist es immer kulturalistischer geworden. Ich habe jetzt gerade aus verschiedenen Gründen mich mal befasst mit Reichstagsdebatten und juristischen Diskussionen zu, ich sage das Wort jetzt vor sich, also Rassenmisch-Ehen im Kaiserreich zwischen 1905 und 1912. Und das sind extrem dynamische, flexible Konzepte. Das meine ich jetzt überhaupt nicht positiv, sondern das sind so extrem dynamische, flexible Konzepte, was denn Rasse in Wirklichkeit ist und wer denn die niederen Rassen sind und die höheren. Das ist überhaupt nicht biologistisch. Das ist nur biologistisch, wenn es gerade passt. Und ansonsten unglaublich beweglich Kultur, Religion, Sitte, Bildung. Tausend Dinge spielen eine Rolle. Und ich glaube, da auch noch mal in die Geschichte zu gucken, auch tatsächlich in die Geschichte eines deutschen Rechtsdiskurses allein schon, ist unglaublich informativ. Und da ein bisschen aufzupassen, Rasse ist immer ein Begriff, der unglaublich dynamisch ist und unglaublich viel genutzt werden kann. Ich würde mich total freuen, wenn es noch eine Veranstaltung gibt, wo wir da noch mal in die Tiefe gehen sozusagen. Das fände ich sehr schön und bedanke mich aber erst mal für heute. Vielen Dank für die Wortmeldung. Und als nächstes bitte, African 1884. Hallo? Ja, Berhansi. Gut. Ich würde mich sehr interessieren. 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 of racism and unfortunately the discourse of racism right now and also critical whiteness has been taken over by people who don't want to acknowledge racism white supremacy because if you talk about racism you have to talk about white supremacy which is a domination of white people over black people regardless of race regardless of gender regardless of uh political affiliation and what have you so my question and that i'd like to share out with everyone is um what is a legal definition of race or racism in germany because i know there's no legal definition of justice you know so is there a legal definition of racism in germany and what is the definition of racism within critical whiteness thank you thank you very much als nächstes und letztes hätten wir noch ines rössl hört man mich ja erst einmal vielen dank für die für die wirklich sehr feine diskussion ich es wurde schon angesprochen dass das die frage der adressierbarkeit gerade wenn wir über das recht sprechen eine wesentliche ist und und darin schließt jetzt auch meine frage an nämlich wenn ich wenn es darum geht gerade auch strukturelle hierarchisierungen adressierbar machen zu können und ich mache es vielleicht an einem beispiel fest 24 stunden pflegerinnen aus osteuropa die sich jetzt also würden die sich selbst als in der selbstzuschreibung sich selbst den begriff rasse zuschreiben würden sie von außen in der fremdzuschreibung den begriff rasse bekommen und wie kann ich aber dann im recht jener hierarchisierungen die denen sie ausgesetzt sind dennoch adressierbar machen brauche also funktioniert denn also schafft das dann ein rasse begriff im recht oder brauche ich dann nicht doch etwas was wie rassifizierung oder dergleichen also es ist irgendwie für mich das würde mich wirklich interessieren wie sie oder ihr das seht was die adressierbarkeit solcher konstellationen anbelangt oder mit was braucht es dafür braucht es dafür noch was andere noch einen anderen begriff vielen dank dann würde ich jetzt an euch übergeben dazu reagieren wenn möglich auch kurz ja es sind wirklich viele fragen gestellt worden und wir müssen glaube ich auch bald abschließen dass es mir auch bewusst und ich ja bin ich habe jetzt das russes problem um zu wissen auf welche frage ich antworten möchte ich glaube mir ist wichtig am ende noch mal eine sache hervorzuheben nämlich was wir unter rasse verstehen und nicht nur rechtswissenschaftlich sondern auch sozialwissenschaftlich oder beziehungsweise gesellschaftlich denn ich gehe nicht mit dem argument mit dass im deutschen kontext rassistisch biologistischer konnotiert ist als im amerikanischen kontext stubert hat uns darauf hingewiesen dass es gerade diese biologistische hartnäckigkeit wenig groß werden und auch im us amerikanischen kontext ist rasse noch biologistisch geprägt nicht nur und natürlich hat urike land direkt wenn sie sagt dass das rasse ein ein sozial dynamisches konzept ist was schon immer mit kultur einhergehen und religion einhergehen und genau das ist ja gemeint wenn wir sagen rasse ist eine sozial konstruiert historische kategorie und mir scheint es so zu sein dass wir viel mehr empirische forschung doch wirklich empirische forschung was die ja was sie in der wissenschaft interesse verstehen weil die juristinnen die rechtsanwenderinnen der rasse verstehen und auch wirklich was auf der straße im alltagsleben die rasse verstanden wird und an dieser stelle möchte ich noch ein punkt einen sehr feinen punkt aber sehr wichtigen hervorheben in deutschland leben nicht nur deutsche mit deutscher muttersprache es leben millionen menschen andere muttersprache die auch rasse in ihre eigene muttersprache und in diesen muttersprachen gibt es oft ist es auch so oft so dass er rasse eine andere konnotation ich kenne mich etwa aus mit dem türkischen und kurdischen und mit dem niederländischen und dem französischen ein wenig aus und ich kann das jetzt schon anekdotisch mitteilen dass da rasse wirklich unterschiedlich bestanden wird also auch im deutschen kontext gibt es mehrere rationalisierte personen die sehr wahrscheinlich ein unterschiedliches beständnis von rasse haben und meiner meinung nach soll nicht die weiße mehrheitsgesellschaft die alleinige durcheidung soheit darüber haben die rasse zu verstehen ist das ist mir wichtig an diese stelle zu vielen dank chenke sabine nahe möchtet ihr auch noch was sagen ja ich glaube ich würde jetzt gar nicht noch mal weiter antworten wollen ich glaube es sind so viele vorschläge jetzt auch noch mal mit dem was ulrike lämper noch mal gesagt hat und auch die frage was ist dann eigentlich die definition von rasse im recht sind alles fragen für weitere für weitere runden die wir vielleicht auch sinnvollerweise in den nächsten runden aufgreifen und vertiefen und würde es dabei meinerseits belassen wollen nahe du nix ich unterschreibe das was sabine gesagt hat habe ich mir gedacht okay danke ich glaube heute ist die wichtigkeit und das bedürfnis nach mehr austausch und nach intensiven diskussionen in dieser hinsicht ersichtlich gemacht worden ich hoffe sehr dass ihr interesse an dieser thematik als zuseherinnen durch die heutige veranstaltungen gewachsen ist und dass sie vor allem in zukunft sich vermehrt mit critical race theory und allem was wir heute besprochen haben befassen möchten auch und dass unsere expertinnen diskutantinnen ihnen tools oder zumindest denkanstöße für ihre zukünftige arbeit und ihr zukünftiges tun mitgeben konnten weil gerade bei themen wie antirassismus arbeit das hört einfach nicht auf sondern muss sich ständig weiterentwickeln es gibt immer was zu lernen es gibt immer etwas was in zukunft hinzukommt das ist ein diskurs der sich auch ständig verändert genau und ich hoffe dass sie sich dafür die zukunft mitnehmen und würde dann an petra susner übergeben und mich für ihre aufmerksamkeit bedanken und ihr interesse und ich hoffe sehr dass es in zukunft viele veranstaltungen geben wird die sich mit diesen themen befassen danke ja ich habe im prinzip noch drei sachen zu sagen das erste ist da waren eine menge aufträgen ich habe sie gehört und in diesem sinn auch vielen vielen herzlichen dank an das spannende panel an das publikum und für die spannende diskussion zweites ist kollektiv diskutieren geht jetzt mal in sommerpause will heißen wir sind bis september in einer ruhe pause und kommen im september wieder zurück wir freuen uns schon sehr das dritte ist das ist aber nicht das letzte was diesen sommer von seiten der forschungsgruppe recht geschlecht kollektivität kommt und da würde ich jetzt ein letztes mal das wort an sabine haag übergeben mit der bitte um eine ankündigung genau diese spannenden diskussionen können wir nämlich schon sehr bald fortsetzen in zwei wochen hat die forschungsgruppe die diese reihe ja mit initiiert und organisiert die forschungsgruppe recht geschlecht kollektivität eine internationale konferenz unter dem wie ich finde sehr schön titel manufacturing kollektivität in kollektivität und kollektivität also hier steht nicht weiß im vordergrund sondern fokussiert auf die kategorie geschlecht aber eben in einem internationalen sinn verstanden ist eine konferenz die komplett online stattfinden wird inklusive eines sehr hochkarätigen und spannenden Kulturprogramms an den beiden Konferenzabenden vom 2. bis 4. Juni diesen Jahres, also in genau zwei Wochen. Mittwochs um 14 Uhr ist der Beginn mit der Keynote von Emily Crapam von der University of Kent zum Thema The Crafty Power of Text, The Feminist Ethnography of Legislative Crafting. Also da sind wir schon gleich mittendrin in dem, was Recht eben ganz praktisch bewirken kann. Man kann sich noch anmelden, also registrieren. Marie fragt vielleicht nochmal die Webseite kurz in den Chat. Müssten aber eigentlich alle auch schon gekriegt haben mit der Anmeldung. Wahrscheinlich für heute Abend. Es ist kostenfrei und ein insgesamt sehr spannendes Programm und wir würden uns als Vorstellungsgruppe freuen, wenn wir viele von euch in zwei Wochen auf der Konferenz wiedersehen und die ein oder andere Diskussion auch vielleicht fortführen können. Ja, und nun in diesem Sinn an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, einen wunderschönen Abend und hoffentlich bis bald. Vielen Dank.